Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Heute geht es um ein Thema, was ich in letzter Zeit sehr häufig gefragt werde. Es geht darum, ob denn wirklich die neuen mRNA-Impfstoffe gegen Corona steril machen, ob die zu einer Unfruchtbarkeit führen. Wie man darauf gekommen ist, wo der medizinische Hintergrund liegt und wie die Schlussfolgerung aussieht, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Ja, ich habe es gerade schon angedeutet, kaum eine Frage hat mich jetzt so oft erreicht über die sozialen Medien, aber auch in der Praxis, wie die Frage, ob denn da wirklich was dran ist. Macht der mRNA-Impfstoff von den verschiedensten Herstellern wirklich unfruchtbar? Diese Buschtrommel bzw. diese Gerüchteküche kursiert vor allen Dingen auch über die sozialen Medien und das verunsichert natürlich. Je öfter man sowas liest, desto mehr überlegt man, hm, ja, vielleicht ist da doch was dran. Aber lasst uns erstmal den Hintergrund beleuchten, wie kommt man überhaupt drauf? Ganz kurz, wie wirkt dieser mRNA-Impfstoff? Wir haben das jetzt schon in den letzten Monaten und Wochen alle gehört und auch gelernt. Es gibt dieses Spike-Protein auf diesem Coronavirus. Jedes Virus hat Proteine, wo es an unsere Körperzellen andockt. Die nennt man Spike-Proteine. Die Impfstoffhersteller haben sich gedacht, okay, wir nehmen doch dieses Oberflächenmerkmal von den Viren, bauen da eine mRNA, das heißt eine Messenger-RNA, sodass unser Körper, wenn wir diese mRNA erhalten, dieses Protein, dieses Spike-Protein produziert. Wir machen das also selber. Und unser Immunsystem denkt dann, ups, was ist denn das für ein Spike-Protein? Das ist doch fremd. Dagegen baue ich Antikörper. Das ist das Prinzip dieser mRNA-Impfung. Wenn wir dann wirklich in Kontakt kommen mit diesem Spike-Protein auf den richtigen Viren, dann weiß unser Immunsystem schon dagegen anzukämpfen, denn es hat ja schon die Antikörper gebildet. Heißt, wir haben mildere Verläufe zu erwarten. So viel also zum Thema mRNA-Impfstoff. Jetzt hat man herausgefunden oder auch herausfinden wollen, dass diese Aminosäure-Sequenz, die diese mRNA beinhaltet, um das Protein zu kodieren, eine Ähnlichkeit aufweist zu diesem Syncetin-1. Syncetin-1 ist nichts anderes als auch ein Protein, also ein Eiweiß, was aber bei der Plazentabildung, also beim Mutterkuchen, eine Rolle spielt. Der Umkehrschluss war jetzt also, okay, dieses Spike-Protein hat in der Aminosäure-Sequenz eine Ähnlichkeit zu dem Syncetin-1. Wenn wir also Antikörper bilden gegen dieses Spike-Protein, dann bildet der Körper ja auch Antikörper gegen das Syncetin-1, also eben auch gegen die Plazentabildung. Das war der Auslöser zu sagen, okay, der Impfstoff macht unfruchtbar. Diese Ähnlichkeit von diesem Spike-Protein und dem Syncetin-1 sind, sage und schreibe, vier Aminosäuren. Die Aminosäuren kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Bauklötze. Legt man viele von diesen Bauklötzen in einer speziellen Art übereinander, dann wird daraus ein Gebilde, ein sogenanntes Protein. Wer sich mal so ein Protein und die Aminosäure-Sequenz davon anguckt, der weiß, dass vier Aminosäuren nicht wirklich viel sind. Diese vier Aminosäuren reichen bei weitem nicht aus, um eine Immunreaktion auszulösen. Da braucht es viel, viel mehr Aminosäure-Sequenzen, die identisch sind, damit der Körper merkt, oh, das ist jetzt ja ein ganz anderes Protein, dagegen muss ich vorgehen. Es ist also mit an Sicherheit, sehr hoher Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, nicht so, dass die neuen mRNA-Impfstoffe unfruchtbar machen. Und jetzt kommen viele und sagen, guck, der ist gar nicht sicher. Der hat nicht gesagt, das ist hundertprozentig ausgeschlossen, sondern er hat gesagt, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so. Und daran ist ein kleiner Tipp von mir, erkennt ihr auch seriöse Inhalte in Bezug auf Covid-19 beziehungsweise diese ganze Pandemie, dass man nur im Konjunktiv sprechen kann über Dinge, die ja neu sind. Wenn also jemand da hinkommt und sagt, der neue Impfstoff, der jetzt gerade neu rausgekommen ist, noch nie zuvor gab es einen mRNA-Impfstoff, auch wenn es natürlich viele, viele Studien, Experimente vorher gab, auch Tierversuche, aber an Menschen gab es das so noch nicht. Und wenn jetzt jemand da hinkommt und sagt, dieser Impfstoff macht unfruchtbar, Punkt, dann könnt ihr schon allein aus dieser Aussage herleiten, dass da keine Seriosität hintersteckt, kein wissenschaftlicher Beleg, keine Evidenz dahintersteckt. Weiterer Punkt, was dagegen spricht, ist natürlich, wir haben mittlerweile, wir sind jetzt seit fast über einem Jahr mit dieser Pandemie beschäftigt, auch viele Covid-19-positive Schwangere miterlebt, nachverfolgt und auch über längeren Zeitraum jetzt nachverfolgt. All diese positiven Schwangeren hätten ja nach dieser Theorie, die ich gerade erläutert habe, eine Fehlgeburt gehabt oder eine Frühgeburt gehabt oder irgendwelche anderen Komplikationen in der Schwangerschaft haben müssen. Aber man stürzt sich ja auf quasi jede Schwangere, die Covid-19-positiv ist, um Daten zu erlangen. Man möchte ja mehr über dieses Virus wissen in Zusammenhang mit Schwangeren, in Zusammenhang mit Neugeborenen. Und diese Daten sagen eben, es passiert zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil nichts mit der Mutter und nichts mit den Neugeborenen. Dass es immer mal wieder auch Einzelfälle gibt von zum Beispiel einer Fehlgeburt oder zum Beispiel einem Neugeborenen, was eine Infektion hat und vielleicht auch da wirklich intensivpflichtig wurde. Dies gibt es. Aber der Großteil der statistischen Masse, der hat milde Verläufe. Und was mich immer wieder irritiert, ist, dass dieses Gerücht, eine Impfung macht unfruchtbar, das gibt es nicht erst seit Corona, sondern das gab es jetzt schon so häufig. Es war mal eine Tetanus-Impfung, es war mal die HPV-Impfung, es war mal eine Polio-Impfung. Es gab mittlerweile schon vier oder fünf Impfungen, denen nachgesagt wurde, die macht unfruchtbar, alles wurde verworfen, hat sich nicht bestätigt. Und jetzt kommt eine neue Impfung und auf einmal kursiert wieder ein Gerücht, diese Impfung macht unfruchtbar. Man ist also schon ein Stück weit irritiert, dass solche Gerüchte wiederholt in Zusammenhang mit Impfungen gebracht werden. Abschließend, wissenschaftlich kann man festhalten, es macht medizinisch, pharmazeutisch, biochemisch keinen Sinn, dass diese vier Aminosäuren, die identisch sind, ausreichen, um eine Immunreaktion auszulösen, die die Plazentation, also die Einnistung des Mutterkuchens und das Überleben des Mutterkuchens beeinflussen. Also nein, man kann eigentlich sagen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, macht auch dieser Impfstoff nicht unfruchtbar. Puh, es ist ein mega emotionales Thema, ich verstehe das, es wird auch in diesen Kommentaren wieder ganz viel hin und her gehen. Bleibt bitte respektvoll, beschimpft euch nicht, bleibt faktisch, wissenschaftlich und dann kann man sich eigentlich auf einem guten Nenner treffen, beziehungsweise auch gut miteinander diskutieren, denn dass dieses Thema diskutiert werden sollte, ist ja ganz richtig. Dass nicht alles abgetan werden sollte, ist super Sache, klasse, machen wir jetzt alle, das ist ja ganz richtig und wichtig, das mache ich ja nicht anders. Dass man aber alles in den Dreck ziehen sollte, ist eben das andere Extrem. Lasst uns doch irgendwo in der Mitte treffen, das Ganze diskutieren, die Daten erfassen, die wir jetzt haben und die eben auch beleuchten, wie sie sind und nicht mit irgendwelchen Gerüchten um uns schlagen und andere Leute, die vielleicht verunsichert sind, noch mehr verunsichern. Dann gibt es einen Schneeball-Effekt, der aber keinem hilft gerade, wirklich keinem hilft. Also in dem Sinne, schaut doch mal bei Instagram bei mir vorbei, Facebook, auf der Website www.richtigschwanger.de Viele wissen, was für euch da ist und vergesst natürlich nicht, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren. Bis dann, ciao und macht's gut. Bis dann, ciao.